Hallo zusammen! Wir machen die Lehre als Kauffrau bei DELT und ISU-Tage. Wir sind der grössten Durngerätehersteller der ganzen Schweiz. Ich bin Julia und im ersten Lehrjahr. Und ich bin Diana und im dritten Lehrjahr. Und wir zeigen euch heute unseren Buchsalter. Hier seht ihr mich in der Abteilung Verkauf. Die Hauptaufgabe ist es, das Telefon abzunehmen. Meistens rufen die Kunden an, die eine Bestellung machen wollen. Hier sind wir gleich zusammen den nächsten Lehrlingsausflug am Planen. Bei den meisten Abteilungen hat man gleitende Arbeitszeiten. Das heisst, man kann sich selbst einteilen, wann man kommen und gehen will. Wenn man in der entsprechenden Abteilung ist, darf man als Lernende auch mit auf Montage, Revision oder mit einem Projektleiter mit auf Baustelle. Jedes Jahr gibt es einen tollen Lehrlingsausflug, was eine coole Abwechslung zum Büroalltag ist. Der Austausch mit unserer Berufsbildnerin darf sich auch nicht empfehlen. Sie hat immer noch für das Ohr für uns. Jetzt haben wir ja einen Einblick in unseren Arbeitsalltag bekommen. Wenn auch du Lust hast auf eine spannende Lehrjahr bei Aldo und Usuhet, dann bewirb dich doch jetzt. Wir freuen uns auf dich. Tschüss. 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 Vielen Dank.